hallo meine von jetzt auch wieder hier mit mädchen 0 mädchen wir wollen weiter biedern und ihm ist noch gar nicht dass ich das spiel Hauptspieler er auch so dass und das hier das war glaube ich ja das war das allalala verpasst euch Kumpel aus und ich glaube man kennen wir ja schon da war man schon mal das müssen wir als Kölner hoch ich kann immer noch nicht aber ich kann ihn doch aber ich bin besser Stil kommen wir ran Energietank hier wieder aus komm her hoplalalalalala ihr könnt mich alle mal so wir haben letztmal Crade besiegt und wollen wir nochmal speichern müssen wir eigentlich nicht so wir haben die Aufgabe gekriegt ähm wo haben wo 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 ich doch mach Ritley mussten Moment wo mussten wir hin haben wir noch nichts Moment wir haben noch wir fahren erst mal wieder nach oben äh vielleicht kriegen wir jetzt irgendwelche Infos wo wir hin müssen äh der Weltraum Moment hier weit nun Raumschiffe und ein Lila Pupo whatever Raumschiff mit r r r r r r r r r und warum spiele ich das jetzt gerade weil ich gerade schon wieder versuchte pokémon aufzunehmen und es ist wieder nicht geklappt hallo ok ich glaube wir müssen hier geh weg komisch aus rote tier was haben wir denn hier eine schlusserstattung zeigt mir wo ich hin muss noch nur für wo noch nur für da unten noch nur für ist klar okay ich hab's verstanden setzt durch ja waffenhunde gefordert vorstehen ok hier ist nix und weg mit dem ist die puster können wir jetzt glaube ich auch noch an ein paar andere orte wo wir also was ist was ist denn heute los was ist zum habe ich den damals übrig gelassen oder was was habe ich jetzt was ist kaputt ok wir gehen noch ein paar geheimnisse suchen Lalalala 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 Kommt mal von der anderen Seite hier Ich weiß nämlich ein Geheimnis und ich werde das versuchen Zubekommen, das war nur mit dem Speedboot, ne, halt das kriegt man nur mit Speedbooster und Springball Oh, oh und Springball noch dafür, genau So, und In der ganz oben war ich noch gar nicht Hopp, 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 hopp Ja, geh weg, hopp, hopp, hopp Hopp Geh da rein Da war ich noch nicht drin Oh, war ich hier noch nicht drin War ich hier noch nicht drin? Oh, war ich hier noch nicht drin Da gibt's hier glaub ich auch noch ein paar Lass mich da oben rein Nein So Geht doch Ich meine, ich werde auch Ne, hier war ich noch nicht Lalalala Liss ich Moment Ne Guck mal, ich spreche an Ja, denn wir können auch kurz mal speichern So So Sprecher abgeschlossen Jetzt haben wir jetzt Weg unter Raketen War ich hier nicht schon? Dann war ich beim letzten Mal hier Ja, ich hab ja Angespielten, da Hab ich halt jetzt auch ein paar Sachen Nicht gemacht, die ich gemacht hatte Äh, ich will so Statue von hinten Ja, deswegen war ich nicht hier Und da Kam ich so wunderlich hin Das kommt man hin, wenn man den Walljump gut beherrscht Und den beherrsch ich nun mal nicht Hop Lalalalalalalalalalalala Lalalalalala Bis dich Lalalalalala Au Galapata Ja Leck mich Hop Gut, dann war ich jetzt hier mal gerade Ganz Falsch Ja Nein Samus Okay Gauerns nach unten wieder Noch Fair Hoppada Ja Ja Moment Ja, hier ist nämlich Speedbooster Genau Hier kommt man runter Und hier unten irgendwo Fällt man dann Runter da, wo ich hin wollte Aber Da kommen wir nicht dran Noch nicht Oder Klappt das? Ich glaube, Moment Ich würde es einmal probieren Ich weiß nicht, wie das klappen soll Aber Ich habe es bis jetzt noch nicht einmal hingekriegt Habe ich da mal eine Stunde dran gesessen, um das zu machen, ey Hopp Hopp Nein Durch da Hopp So jetzt Lalalalalalalala Ja Und runter Und ich glaube es war hier schon Oder Nee, weiter rechts So Für wenige geladen Kurz speichern 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 Abgeschlossen Und Wurder 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 Lalalala Lala 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 Ja, ich werde hier Hopp Hopp Und ich sollte vielleicht ein bisschen auf meine Energie aufpassen und das war so richtig ja es war richtig oder das was das die grüne wir laufen muss ins noch tiefer die mehr energie ich habe wieder mal wird dafür kommen da kommen wir jetzt keine jahre die muss wir kriegen was heiter um der los von sprung braucht man als wir können ganz auf springen und wir können das wunderbar kurz aufladen sehr sehr gut ganz unaufhängig sind hier links ok 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 wir gehen erst mal weiter hop ich muss auch wieder rum ok momentan ich will nicht wissen okay ich hab mir fast gedacht da rein ich will jetzt oben rein so stadt wo ich hier hin tatsache das hat mir mal wohin gehe da hoch und dann versuch dahin zu kommen super ok ok wir kommen hallo ich will aber nicht da unten doch moment moment hier unten will ich noch die raketen haben ich bin so ein raketen nach oder ich war hier noch nicht drin und da ist ach so hier komme ich noch nicht weiter genau das ist für später ihr habt nichts gesehen hopp wieder hoch hier wieder rein ja und hier bombe und tschüss mal fahrstuhl nach ganz oben kürzer ich jetzt hier durchgehe komme ich ja nicht runter da habe ich muss wieder runter gut ja ich muss unten und unten und hier durch lalala ja und da kackt mein spiel fast ab ok speichern kurz ich habe gesagt wir speichern gut kackt ja stimmt ach weil der rotz hier hopp 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 durch da hopp hoch und zack lalalala lala und nach ganz oben jetzt das 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 kann ich eigentlich kurz machen wenn ich schon einmal hier bin ja in die superfan nein Nein, das war falsch. Ich möchte das probieren, ähm, weil da hinten gibt's was Tolles. Ja, jetzt... Ja, ich muss den... Ach, ich weiß nicht. Moment, kann ich vielleicht einfach... Äh, Moment, ist das vielleicht viel simpler, als ich gedacht hätte? Ne, ich kann nicht. Äh, Moment, kann sich nur um Tage handeln, ähm... Lalalalalalalalalalalala, ich versuch's jetzt noch zwei, drei Mal. Nein, ich hab zu früh gestoppt. Fuck, auf. Und... Ja, man kann allerdings aber halt nur... ... wenn man springt und ich kriege das einfach nicht auf die... ... Reihe. Lalalalalalalala. Ja, und ich... ... komm immer zu früh da... ... ran. ... ich weiß nicht, wie man das machen soll... ... lalalalalala... ... da... ... tadadadad... ...